Hi Leute, wenn ihr euch mal meine What I Eat In The Days angeguckt habt oder die von anderen Veganern, wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass Veganer viel essen im Durchschnitt. Zumindest optisch mehr als mancher, der sich nicht vegan ernährt. Und in diesem Video möchte ich euch zwei Gründe nennen, warum das so ist. Der erste Grund hat mit dem kategorischen Unterschied zwischen pflanzlichen Produkten und tierischen Produkten zu tun. Pflanzliche Produkte enthalten Wasser und Ballaststoffe, tierische Produkte enthalten weniger Wasser und keine Ballaststoffe oder höchstenfalls als Spuren von Ballaststoffen. Und ihr könnt euch das quasi so vorstellen, dass man so einen Luftballon hat und so ein bisschen aufgeblasener Luftballon ist so ein tierisches Produkt von der Größe her und durch das Wasser und durch die Ballaststoffe wird der Luftballon immer größer und das ist dann das pflanzliche Produkt. Es steckt quasi das gleiche an Kalorien drin, es ist aufgeblasen, wegen des Wassers und der Ballaststoffe. Und das führt dann natürlich dazu, dass man mehr essen muss vom Volumen her, um auf die gleiche Kalorienmenge zu kommen. Dazu kommt noch, dass tierische Produkte sehr oft sehr fettreich sind, was pflanzliche Produkte meistens nicht sind. Klar, es gibt Ausnahmen, Nüsse, Avocados, aber solche Sachen wie Gemüse, Obst, Reis, Linsen haben sehr viel weniger Fett als zum Beispiel Milchkäse oder Steak. Und weil Fett noch viel, viel konzentrierter ist als Kohlenhydraten, als Proteine, führt das auch nochmal dazu, dass pflanzliche Produkte einfach mehr Raum, mehr Volumen einnehmen bei einer gleichen Kalorienmenge. Das ist auch einer der Fehler, den viele Leute machen, wenn sie vegan werden, weil sie dann optisch das Gleiche essen, optisch die gleiche Menge essen, das dann aber viel weniger Kalorien hat, weil man ja das tierische durch was Pflanzliches austauscht. Also die Ballaststoffe drin hat, das Wasser drin hat und das wenigere Fett drin hat. Deshalb fühlen sich dann manche Veganer am Anfang so schlapp und irgendwie so ausgelaugt, was halt daran liegt, dass sie dann quasi unwillkürlich Diät machen. Und die Lösung ist dann eben mehr zu essen, weshalb man das in so What I Eat In The Days von Veganern gerne sieht, dass dann da einfach größere Portionen auftauchen. Und bei Leuten, die sich dann halt auch noch so wie ich fettarm ernähren, wird die Menge noch größer. Also das ist für Leute wie ich, die sehr, sehr viel essen, schon immer sehr, sehr viel gegessen haben vom reinen Volumen her, eine tolle Sache, weil ich jetzt quasi mich vollstopfen kann wie sonst was und dadurch nicht zunehme. Der zweite Grund hat mit Lifestyle-Änderungen zu tun. Viele Veganer verändern dann nicht nur ihre Ernährung, wenn sie sich vegan ernähren, sondern werden allgemein irgendwie gesundheitsbewusster und fangen an zum Beispiel mehr Sport zu machen oder mal das Auto stehen zu lassen oder mal nicht den Aufzug zu nehmen, sondern die Treppe hochzulaufen und allein durch so ganz kleine, minimale Anpassungen kann es schon dazu führen, dass der Kalorienverbrauch im Laufe des Tages steigt, wodurch man dann ebenfalls mehr essen muss. Ziemlich logisch. Es gibt natürlich noch andere Gründe, aber das sind eigentlich die zwei Hauptgründe. Ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergebracht, euer Verständnis von diesem ganzen Aspekt erhöht und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir sehen uns und bis dann!